Auf unsere Polizei, ein dreifach kräftiges, kleinen Arm! Hallo! Polizei! Dankeschön! Hallo! Das ist Rainer Westbach, ein dreifach kräftiges, der will! Hallo! 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 Der kommt mit dem Schutzschirm, jawohl! Unter dem können alle Karnwals rein schlüpfen. Als nächstes haben wir hier die Musik. Hau uns voll an unseren Andreas Krebswände! Ich hab seine Telefonnummer alle bei mich bei, ich sag euch das! Und jetzt kommen sie die schönste! Die schönste Männe von Klanarm! Hallo! Nach dir! 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 Entschuldigung, ist gut, ist gut! Dankeschön! Hallo! 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 Dankeschön! Vielen, vielen Dank Jungs! Publikum, es tut mir schrecklich leid, aber ich glaub, das Herr der Fleisch schlägt noch einmal! Sondern merkst du was, die wollen sich alle einschleimen bei dir! Das wird teuer heute! Ja, 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 ja! Und jetzt kommen sie! KG mit's Musical! Bianca! Hello! 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 Die wunderschönen Blumen gehören immer noch zu KG mit's Musical. Hello! Dankeschön! Hello! Klanav! Hello! Klanav! Hello! Hello! Fußballer, Asterix und Obelix, ihr seid wunderschön! Hello! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, liebe Sonja! Happy Birthday to you! Hello! Danke! Vielen Dank! Dankeschön, ihr lieben! Liebes Publikum, es tut mir schrecklich leid, dass ich heute Geburtstag hab. Der Umzug dauert ein bisschen länger. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um circa drei Stunden. Ja, ganz genau, mein Dreirad kommt. Ich kann euch sagen, das ist grausam, das Tal zu fahren. Dankeschön. Prost! Prost, ihr Lieben, um euer Wohl! Ein dreifach Donnendes KG! Hello! Fußballer! Hello! Unsere kleine Angels! Hello! Hello! Bei unseren Kleinen könnt ihr ab drei Jahren mitmachen. Ich meine natürlich eure Kinder. Und die Engel werden jetzt größer und werden dann immer noch besser und trainiert und gemacht. Wir haben ganz wunderbare Solo-Tänzer dabei. Hello! 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 Sondja, jetzt kommt dein Gickelschicht. So, ich will hoffen, dass der junge Mann mit dem komischen Dreirad besser zurechtkommt wie ich gestern. Das Ding ist grausam. Das möchte, was es will. Was will ich? Ja, genau so. Was soll ich sagen? Es ist von einem Grosame. Hello! Hello! Mädels, seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Ja! Und? Hast du denn schon jemals ne kleine Armerin geknut? Hey! Mit auf die Schnut! Hey! Mit auf die Schnut! Hey! Schöpfelein, dann weißt du nicht, wie gut sowas tut. Hey! Mit auf mal lecker Zucker-Schnut. Kleinarme Mädchen sind oft wie Katze. Mal sind sie lieb, mal tun sie kratzen. Mit viel Leidenschaft und Temperament im Blut. Wenn sie sie lieb, mal ihren Männerherzchen klug. Aber eines sollte man wissen. Will man so ein süßes Kätzchen küssen? Es ist treu und es kommt immer wieder heim. Und sein Goldstück will es nur für sich allein. Denn? Hast du denn schon jemals ne kleine Armerin geknut? Hey! Mit auf die Schnut! Hey! Mit auf die Schnut! Hey! Schöpfelein, dann weißt du nicht, wie gut sowas tut. Hey! Mit auf mal lecker Zucker-Schnut! Macht euch beide! Woooo! Hello! Hello! Hey, liebe Sonja! Happy Birthday to you! Wir begrüßen hier unseren Motorsport-Club mit einem dreifach Donnerhütten. Kleiner Arm! Hello! Delfine! Hello! Kleiner Arm! Hello! Dankeschön, dass ihr dabei seid. Schön, wunderbar. Hello! 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 Schatzi, schenkt mir ein Fortschritt! Schatzi, 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 schatzi! Die Gäute, das ist ein Fortschritt! Und was auch so ist, du wirst mit mir da zu gehen. Die größte Fahne, die hat die größte Fahne. Ich hoffe, jetzt noch nicht, aber ganz bestimmt. Von da kommt gerade ein kleiner Raum. Hallo! Ein schöner Teufelchen. Ich freue mich riesig, euch wieder zu sehen bei unserem Umzug. Und ich werde es dieses Jahr wieder sagen, Ton in Ton, eine Supergruppe, Gesangsgruppe, die freue sich über jeden Neuzugang, sei es Männlein oder Weiblein. Wir nehmen alles. Wunderbar. Hello! Wir begrüßen unsere Oldtimerfrauen mit einem dreifach kräftigen Paper. Hello! Oldtimerfrauen. Hello! Hello! Deeper! Hello! Und natürlich auch ein Gruß an unseren Felix, der mit dabei ist und im Umzug mitmacht. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ist ja super. Wunderbar. Wunderbar. Hello! Die Damen nennen sich Oldies. Kann mir mal einer erzählen, wo das Old ist? Was? Nein! Alles, was übersiv ist, ist älter. Alles, was übersiv ist, ist älter. Gefühle 25 und keinen Tag älter. Hello! 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 90 Jahre Handball in Klein-Arm. Hello! Hier ist abgefahren. Hello! Wir begrüßen unsere Handballer mit einem treibach kräftigen Handballer. TSV! Hello! Klein Arm! Hello! Hello! Und die größte Giraffe wieder. Danke schön, dass ihr dabei seid. Sieht klasse aus. Sieht, hier hinten rudert einem schon ganz kräftig schön. Super! Habt euch viel Arbeit gemacht. Sieht toll aus. Christian, bis dann! Und die Fußgruppe kommt hinten nach. Sie passen nicht alle in die Kürtel rein. Sie müssen laufen. Das sind Kostüme. Das sind ganz tolle Kostüme. Dankeschön für eure Arbeit, die ihr euch gemacht habt. Super! Venedig lässt grüße. Ihr seht traumhaft aus. Oh! Wahnsinn! Sehr schön! Feuerwehr Glanarm! Ein dreifach Sonnen des Glanarm! Hello! Feuerwehr! Hello! Glanarm! Hello! Danke! Ohne euch ging das alles gar nicht. Hier kommt unser Schlepper von Glanarm! Der Schlepper! Ein dreifaches Glanarm! Hello! Glanarm! Hello! Glanarm! Hello! Heine! Du bist der Holzwischel! Der geborene Holzwischel! So! Ein ganz ungewohntes Bild! Der Schlepperchef! Bewusst! Das gibt es bei euch! Das gibt es bei euch! Diese versprochenen Küsse hole ich mir nachher sowieso anders. Stellen Sie sich ab! Ohne Last und ohne Ziel! Hast du mich umsingen, werde ich mich ergeben! Hallo! 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 Da sind alle Holzfäller! Und weil die Holzfäller zwischenlegungen haben, haben sie natürlich auch hier Gulaschkanone dabei. Wo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Gibt's heute was, Leute, von? Hello! Unsere Schleppe hat ein dreifaches Klannarm. Hello! Schleppe! Hello! Haarstadt! Hello! Und das hat Grund mit meinem Haarstadt, weil wir freuen uns, dass wir aus Haarstadt Gäste begrüßen können, die extra, weil hier der Bauer seine Frau sucht, zu uns gekommen sind. Haarstadt! Hello! Wir freuen uns, dass ihr da seid! Hello! Glanarm! Hello! Und nochmal hier, die Klara sehen! Hello! Die Klara sehen als Schlümpfe! Hello! Genau! Hello! 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 Danke, vielen Dank! Danke! Wuh! 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 26 Jahre sind sie jetzt dabei, die Klanarmer Knannen. Und immer wieder geile Kostüme! Euch wird's wenigstens nicht kalt! Wir werden um eine schöne Zugnummer ärmer, wenn es euch nicht gibt. Wir bedanken uns bei den Fastnachtsfreunden aus Einstatt mit einem dreivachkräftigen Haarstatt. Sankt Pentilenus, Fastnachtsfreunde, danke schön, dass ihr dabei seid, euch immer eine Augenweide bei uns im Zug zu haben. Vielen Dank. So Freunde, macht ein bisschen die Straße frei. Die Wegen können ja gar nicht durch, die können euch nichts runterwerfen, wenn die keinen Platz haben, zum Durchfahren. Macht hier mal ein bisschen Platz. Wir begrüßen aus Einstädter Prinzbau mit dem Hofstart, mit einem dreivachkräftigen Haarstatt. Prinz und Paar, Haarstatt. Dankeschön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hallo. 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 Kinder Prinz und Paar. Hallo. Dankeschön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ganz toll. Hallo. 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 Wir begrüßen unsere Hundefreunde mit einem dreivachkräftigen Wow Wow. Hallo. Wow Wow. Hallo. Wow Wow. Hallo. Dankeschön. Hello. Dankeschön. Toll, dass ihr mit dabei seid. Hallo. 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 Warum rennen die jetzt bei uns vorbei? Auf unsere Kanonengarde, ein dreifachkräftiges Kleinarm! Hallo! Kanonengarde! Hallo! CV! Hallo! Und natürlich haben sie auch was zu trinken dabei, wie könnte es anders sein? Dann müssten eigentlich, jawohl, sie sind es, unsere Sternchen kommen! Die Jüngsten vom Verein! Hello! Hello! Und sie haben einen tollen Wagen gebaut! Mein Gott, wer meint, ich würde ihn kennen! Sie haben hier einen tollen Fisch gebaut! Die Sternchen! Kindes, ihr seid aber schöne Fischchen! Wuh! Ach, und hier haben sich auch ein paar Damen vom Rollkommando dazwischen geschmuggelt! Unsere Blechbüchsenarmee, die CV-Sänger mit ihrem Wagen Las Vegas! Hello! Ah! Auf unsere CV-Sänger, ein dreifach tonnendes Kleinarm! Hello! CV! Hello! Sänger! Hello! Wunderbar! Dankeschön! 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 Nicht zu viel auf einmal! Gebt euch noch was für die anderen auf! Dankeschön! Wir freuen uns! Und natürlich ist ein ganzer Hofstaat dabei! Hello! Hello! CV! Hello! 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 Als Abschluss! Die Feuerwehr nochmal als Absicherung! Ja, liebe Freunde! Ich bedanke mich hier mal! Bei allen, die hier zugeguckt haben! Ihr könnt noch ein bisschen bleiben! Die Sonja gibt noch ein Konzert! Nein, wir brauchen jetzt hier einfach, wer mag, wer will, wer Lust und Laune hat, kann gerne noch ein bisschen bleiben! Ein bisschen Rockfasching!